Dieses Teleskop ist aktuell noch bis 12. März 2022 bei Aldi Süd erhältlich für 269 Euro. Ich habe für euch getestet, was das Teleskop kann. Dieses Aldi-Teleskop ist natürlich nicht für Astrophotografie ausgelegt, aber mit dem gewissen Dreh gelang es mir dann doch, von Hand die Erdrotation auszugleichen. So konnte ich den Orion-Nebel in seinen Farben fotografieren. Wenn ihr an Astrophotografie interessiert seid, dann würde ich euch von dem Teleskop abraten, denn die Montierung wackelt doch sehr arg. Gut, das hat jetzt nicht direkt mit dem Teleskop zu tun, aber die asphärische Aberration ist auch ziemlich heftig. Wer tiefer in die Materie einsteigen will, der sollte sich eher für etwas anderes entscheiden.